ja hallo hier ist der Manuel und ich möchte heute mal ein kleines video machen zum thema die nachricht bestimmt der empfänger ich möchte da so ein bisschen ein paar tipps und tricks geben wie sich eben eine öffentliche meinung oder wie eine öffentliche meinung entsteht und wie ich als person des öffentlichen lebens geht natürlich auch für firmen was ich eben dafür tun kann dass ich in der öffentlichkeit auch so wahrgenommen werde wie ich das gerne hätte und da gibt es eben auch ein paar prozesse wie eben auch das entstehen der eigentlichen botschaft und ja ich denke man ist gut beraten wenn man eben diese prozesse vielleicht schon mal gehört hat dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen zielführender in der öffentlichkeit bewegen ja ich würde sagen wir fangen auch gleich mal an ich habe da heute auch mal wieder eine kleine präsentation vorbereitet das ganze ja versuche ich kurz und knapp zu halten freue mich natürlich auch wieder über anregungen dann in den kommentaren aber fangen wir doch schon mal an und zwar wie der titel ja auch schon sagt die nachricht bestimmt der empfänger als ich das das erste mal gehört habe ich mir gedacht was für ein bullshit wenn ich jetzt sage zum beispiel genau zu dir du schaust mir hier zu und ich sage dir die wand ist weiß wo sollte denn dort noch eine variable sein die praktisch bei dir beim empfänger liegt für mich war das am anfang ja auf jeden fall nicht immer nachvollziehbar ich kann euch sagen dass meine erfahrung diese aussage auf jeden fall bestätigt ja und ich möchte euch das auch erklären wie ich dazu komme die grundlagen aus der pr wäre dann eben wie entsteht eine öffentliche meinung denn was ist denn eine öffentliche meinung die meinung zum beispiel über mich ich bin ja auch in dem moment wo ich hier so ein video mache eine öffentliche person denn ich gebe ja etwas in die öffentlichkeit sonst würde ich jetzt kein youtube video machen und auch über mich haben alle zuschauer eine meinung jeder einzelne von euch der mein video anschaut hat eine gewisse meinung und die summe dieser meinungen würde man als mein image bezeichnen ja aber an sich entsteht das image in jedem oder bei jedem einzelnen der empfänger ganz individuell nachdem jetzt zum beispiel meine abonnenten in der regel hat auch genau den gleichen content über mich wahrnehmen können ist die meinung wohl auch relativ nah beisammen ja aber auch da gibt es natürlich unterschiede schaut noch die kommentare die einen für mich cool die anderen für mich scheiße so ist es halt ja und mir geht es auch hier heute um eine ganz wertfreie beschreibung eines gewissen prozesses oder gewisse abhängigkeiten möchte ich hier aufzeigen ohne irgendwas zu bewerten ich möchte einfach ein paar tipps geben und ich mache das umsonst andere müssen dafür geld zahlen also seht ihr mal dass ich gar nicht so ein böser kapitalist bin wie man manchmal vorgeworfen wird aber verlieren wir doch keine zeit ich muss hier auf die taste drücken übrigens das ist mein cooler laser pointer hier dieses rote kügelchen und damit wird es auch gleich abgehen also wir haben den sender der sender ist die öffentliche person das ist könnte eine marke sein jetzt in dem fall ist es durch das wirklich mal als person auch sehen nur mal beispiel halber weiß ja vielleicht gerade aktuell ist könnte das hier robert stein sein das könnte aber auch nur wieso sein das könnte auch freiwillig frei sein das könnte jeder sein der in der öffentlichkeit sendet und was sende ich als sender ich sende zu wem sende ich natürlich zum empfänger jetzt betrachtet der sender meistens den empfänger als so nicht als das individuum als solches sondern es geht natürlich auch nicht sondern man versucht das eben in seiner zielgruppe so zusammenzufassen und deswegen habe ich auch die empfänger jetzt mal als mehrere kleine männchen hier im aufgezeichnet der sender sendet in erster linie einfach nur signale wenn man das jetzt mit dem radio damit den sender dann gibt es empfänger die haben dann halt lauter antennen hier und empfangen das radiosignal jetzt ist es nur bei uns menschen und auch in der kommunikation so dass wir halt verschiedene möglichkeiten haben signale zu senden und da ist natürlich einmal das wort sei es geschrieben oder gesprochen aber auch natürlich bilder selbst auch dass ich jetzt ein hemd an habe sendet ein gewisses signal ich könnte ja auch hier irgendwie jetzt nackt sitzen und genau das gleiche machen eine andere botschaft würde rüberkommen eine andere nachricht ja genauso ist aber auch der ton ich könnte hier die präsentation schreien sonst komplett identisch halten und bei den empfängern würde da was ganz was anderes ankommen auch meine gestik und meine mimik spielt natürlich eine rolle aber auch alles was man als verbal oder auch nonverbal natürlich bezeichnen könnte alles alles was signale sind die man wahrnehmen kann sind signale die eben dieser sender sendet und jetzt kommen wir eigentlich zu dem springenden punkt meiner präsentation dass der empfänger in dem fall nicht wie im radio so ein eindeutiges signal erhält sondern der empfänger ist ein individuum ein mensch mit einem ganz individuellen leben einer eigenen geschichte und wir unterliegen ich nenne sie jetzt einfach mal filter der wahrnehmung das ist an sich nichts schlechtes das macht es für uns auch einfacher wir erkennen gewisse muster wir haben erfahrungen die wir in unsere wahrnehmung auch mit einfließen lassen können aber das ist halt super individuell das ist einfach so ja das ist auch wertfrei von mir hier dargestellt das heißt der sender sendet zwar signale aber welche signale wie beim empfänger ankommen es liegt ganz alleine beim empfänger die öffentliche person der sender in dem fall hat ab dem moment des signal aussendens auch keinen einfluss mehr auf all diese prozesse nicht im geringsten ich könnte höchstens wieder ein neues signal aussenden das ganze was ihr seht das ist natürlich wirklich grundlagen auch von pr public relations wenn jetzt irgendein unternehmen den mist macht und da eine öffentliche meinung entsteht die vielleicht nicht so gut ist man kann die zeit nicht zurückdrehen das ist auch die zeitachse ich kann höchstens wieder neue signale senden und versuchen durch neue informationen diese öffentliche meinung wieder auf ein erneutes zu beeinflussen denn und das ist hier dieser kleine kreis alles was bisher von der öffentliche person spricht dem sender wahrgenommen wurde wird mit diesen neuen signalen vermischt und daraus wird eben ein update in der meinung gemacht und das bedeutet einfach mit jedem video was ich mache haben meine empfänger auch die möglichkeit ihre meinung über mich abzudaten ob sie es wollen oder nicht da würde ich ab morgen wie gesagt hier mit heavy metal musik schreiend videos machen dann würdet ihr alle auch ganz schnell eure meinung über mich ändern und das ist auch nicht werten sondern das ist einfach die beschreibung eines prozesses und das ist super wichtig das zu verstehen denn wie hier schon gesagt dieser prozess ist zeitlich komplett losgelöst und auch wie und auf welche art und weise beim empfänger eine meinung entsteht ist eben vom sender nicht zu beeinflussen jeder hat eigene werte eigene vorstellung was ihm wichtig ist hier kommt auch so prägung dazu und als sender kann ich das nicht beeinflussen ich kann mir das vielleicht denken ja aber ich kann es auf jeden fall nicht beeinflussen und das einfach mal so als grober prozess der meinungsbildung denn hier drüben entsteht dann eben auch die nachricht jetzt habe ich das ganze noch mal ein bisschen vereinfacht und möchte euch jetzt einfach noch mal oder möchte im speziellen noch mal auf den prozess eingehen der beim empfänger stattfindet das ist erstmal natürlich die wahrnehmung dieser signale durch seine ganz individuellen filter der eine legt halt wirklich vielleicht mehr wert drauf ob ich jetzt hier sauber spreche und jemand anders denkt sich hat er die haare heute wieder schön gemacht so ihr wisst genau wie das ist das ist einfach so wir sind so unterschiedlich und das ist natürlich auch in der wahrnehmung dann so alle informationen die der empfänger bisher zur öffentlichen person wahrgenommen hat sind in diesem prozess beteiligt und das ist nämlich auch direkt und indirekt das heißt selbst wenn ich jetzt was gehört habe was vielleicht gar nicht direkt vom sender kam zum beispiel eben auch sowas wie gerüchte und so trash talk und diese ganze scheiße kann durchaus sein dass das natürlich beim empfänger im meinungsbildungsprozess mit drinnen ist das können wir nicht beeinflussen ich sehe das auch komplett wertfrei mir ist nur einfach klar dass es so ist ja und auch die eigene und ganz individuelle bewertung dieser informationen auf der basis des eigenen lebens dieses empfängers spielen eine entscheidende rolle in dem was wir hier meinungsbildung bezeichnen würden das heißt einfach die meinung über die öffentliche person und in dem fall dann auch das image dieser öffentlichen person entsteht zu einem großteil ganz alleine beim empfänger aus den informationen die er bisher schon zu dieser öffentlichen person sammeln konnte plus eben die aktuellen neuen signale jetzt haben wir eigentlich das ganze schon erklärt und jetzt kommt eigentlich der springende punkt wenn es mir nur ums senden geht da kann mir dieser ganze prozess jeder drüben komplett scheißegal sein dann geht es mir nur darum dass ich hier dinge sage signale sende um des signale sendens willens und mir kann es scheißegal sein wie andere darüber denken und so sehe ich das zum beispiel bei mir ich freue mich natürlich wenn man meine inhalte teilt und da auch gefallen kann es mir scheißegal sein denn ich habe keinerlei abhängigkeit dieses feedback was dann eben das image über mich oder die meinung über mich widerspiegelt kann mir in meinem schaffen komplett scheißegal sein und jetzt kommt der springende punkt besteht eben beim sender eine abhängigkeit oder eine verbindung zum empfänger in form von abos oder spenden dann ist der sender auf jeden fall gut beraten sich vorher gedanken zu machen welche signale welche botschaft bei den empfängern auslösen könnten denn ab dem moment des signal aussendens habe ich als sender keinen einfluss mehr auf diesen prozess wie gesagt mir kann scheißegal sein ich habe hier keine abhängigkeit um das ganze noch ein bisschen zu konkretisieren als sender kann ich folgende sachen auswählen kann überlegen welche signale sende ich über welche kanäle zu welcher zeit und dann kommt mit diesem strich auch die zeitliche abgrenzung in dem moment des aussendens meiner signale habe ich keinen einfluss mehr denn diese signale sind dann eben im öffentlichen raum verfügbar und ab diesem moment kommt dann eben der empfänger dazu hier in dem fall das empfangen der signale und da haben wir dann eben schon die filter die selektive wahrnehmung ja auch sogar den grad der aufmerksamkeit als sender habe ich null einfluss darauf ob mir jemand wenn ich eine stunde spreche davon fünf minuten zuhört oder nur 30 oder auch welche teile meiner botschaft wie bei dem ankommen habe ich keinen einfluss mehr und dann kommt halt eben eigentlich der prozess erst zustande dass die eigenen werte des senders mit den eigenen erfahrungen mit den eigenen einstellungen der prägung der neigung mit allem was man sich so darunter vorstellen kann wird mit den selektiven empfangenen signalen zu einer meinung beziehungsweise zur botschaft als solches und dann kommen wir nochmal zurück zum anfang meines videos hier wenn ich dir sage die wand ist weiß dann kann es gut sein dass jemand von euch maler ist und genau weiß dass es sich um gar keine weiße wand handelt sondern dass ein ganz bestimmter grauton ist was weiß denn ich das heißt die botschaft entsteht einfach beim empfänger und dieser maler würde dann denken hey manuel lügt mich nicht an was labert der für ein bullshit ja für mich war die wand halt weiß ich habe keinen einfluss darauf wie ihr meine aussagen wertet und jetzt natürlich vielleicht auch noch um das ganze ein bisschen auf die aktuelle situation ähm noch anzupassen könnten wir natürlich jetzt das beispiel nehmen von nuo viso zusammen mit ähm robert stein die natürlich als öffentliche person als medien sehr viele signale senden wie zum beispiel hier ähm abgezockt war gestern oder warte gehen wir nochmal zurück ähm hier wie grundgesetzklare gez nicht mit dem gewissen vereinbar und dann kommt halt eben auch dieses signal und es ist komplett scheißegal was sich robert stein und frank höfer dabei gedacht haben in dem moment wo robert stein mit dem mikrofon vom zdf im öffentlichen äther zu sehen ist ist das signal bereits raus hier haben wir diese trennlinie und dann haben wir halt eben den empfänger der dann eben durch seine filter und durch seine einstellung überzeugung eben auch diese signale wahrnimmt und dann eben daraus seine ganz individuelle botschaft oder nachricht zieht und es kann wirklich sein dass hier etwas entsteht womit der sender nicht gerechnet hat passiert sehr oft so es kann auch sein dass verschiedene signale beim empfänger zu einer irritation führen die aber beim sender überhaupt nicht nachvollziehbar ist was ja auch klar ist denn der sender hat ja immer alle 100 prozent seiner gesendeten signale so im hinterkopf wie viel prozent der gesendeten signale mit welcher bewertung und gewichtung beim empfänger im prozess der meinungsbildung verarbeitet werden liegt ganz alleine beim empfänger und das ist einfach der prozess ja und jetzt hole ich mich noch mal kurz ins bild rein und ich hoffe ich möchte das einfach wirklich nur komplett wertfrei auch hier einfach mal darstellen aber in dem moment wo ich ein signal sende als öffentliche person muss mir klar sein dass ein im nachhinein relativieren oder auch erklärungsversuche nicht so zielführend sein können ich würde einfach allen öffentlichen personen hier raten holt euch vielleicht dann doch auch menschen ins team die genau von diesen prozessen ein bisschen mehr ahnung haben wie ihr denn sonst kann es einfach passieren dass ihr euch da verrennt und vielleicht auch eine image oder eine meinung entsteht die irreparabel beschädigt wird ja soviel von mir zum thema meinungsbildung die nachricht bestimmt der empfänger ich hoffe das hat euch ein bisschen spaß gemacht hier so ein bisschen unterricht praktisch zu bekommen und ich schaue natürlich auch weiterhin interessiert zu und bilde mir meine ganz eigene meinung und da hat auch niemand von euch einfluss drauf ja das war's bis bald euer manuel ciao es ist schon komisch ich denk jeden tag drüber nach es ist es ist schon komisch ich